hallo und herzlich willkommen zu dead island ich wünsche dem 81 mit dabei ist wieder die hallo schön dass ihr da seid ihr hüpft mal wieder fleißig umher sehr gut an die was hast du denn da ein brett das sah eben so komisch aus okay was selbst gebaut ist nett ich habe keine ahnung wo das ist nett ich weiß nicht wollen wir vielleicht gucken wegen waffen reparatur oder so mal gucken ja sorge wasser ja nie das haben wir ja die kann sich selber wasser besorgen dass so viel wasser wie die braucht du und die andere will alkohol haben die andere komische wir können so müssen wird gepanscht was soll also so viel muss ich eigentlich gar nicht auch reparieren außer vielleicht das hackmesser können wir eigentlich beide gucken ob ich was reparieren kann holzknöpfe und das messer aber mir sitzt der hund vor der ömmel 267 mit diesem hackmesser warte mal da muss ich doch mal gucken ob ich das im inventar schon kann man die dinge nicht zerlegen was denn na die sachen die man nicht will nee die kannst du auch bei dem dem dud hier draußen in der hand drücken verkaufen nee hier drinnen ist er drinnen also die schwachen sachen könnte man verkaufen ich weiß auch gar nicht inzwischen mitgekriegt diese sachen die haben ja auch stufen ja wenn man die nachher auch aufwertet und so also allgemein haben die sachen stufen irgendwie dass man gucken muss welche stufe sind die jetzt ich habe auch irgendwie ein paar lila sachen ich denke mal die sind ein bisschen seltener irgendwie ich gehe mal ein bisschen was verkaufen dann können wir ja zwischendurch wieder was einsammeln wieder verkaufen oder wir bringen mal wieder was dazu da aneinander was brauchen okay wir essen der händler hier das erdert hier auf klo ja also eine sache an eine sache kann ich mich hier immer noch nicht gewöhnt man kann sich hier gegenseitig im weg stehen finde ich nicht gut ich komme hier nicht hin finde ich gut man kann sich gegenseitig im weg stehen ach so wartet mal winnie ich glaube der hört mich nicht doch was ist mit dem essen da noch ist das nicht so wo ist denn der händler hier ist das nicht der ist hier noch ein bisschen zeug nehmen wir noch mit ein bisschen heilung eventuell wo er mir noch was geben ja schön ich wollte mir gerade eine belohnung abholen ich kann sie nicht tragen weil die waffen voll hat ja da ist natürlich nicht so gut wo ist denn der händler hier im klo sitzt ja ja ist gut er könnte jede auch nicht mal ein bisschen wünschen dass die ist eine riesen blutspur alter wie sieht denn das hier aus leute ich habe ein baseball schläger drecks loch die weiber sitzen hier um die sollen sich mal ein wischlappen nehmen und hier aufwischen ja und da sind die beschäftigt dann müssen die nicht mehr drüber nachdenken was hier für blöd jetzt mal wieder hier aussieht hier überall blut und eingeweide und ich weiß nicht was noch alles taxi so von ihm er hat mir was gegeben kriegt hier gleich auch wieder verschwunden wir haben naja vogel den klunder section ist zu verkaufen auch den verkaufen wir auch hier bis bauschläger behalte ich mal noch so was machen wir jetzt überhaupt was machen wir jetzt überhaupt ich würde sagen wir gucken erst mal bei den quest von hier noch so schönes haben nektar das lebenswert soll denn sein bringe wasser ja also das hast du ja wohl endlich oder wird ich weiß gar nicht wie oft wir das letzte mal da wasser hingegeben haben also zwei dreimal reicht nicht ne ähm ich meine vielleicht kriegt man ja mal was dafür ich weiß es nicht keine ahnung ja jedes mal geld ne ähm ich würde sagen auf sendung wir zum leuchtturm den signalverstecker holen mal gucken was da so passiert ich weiß nicht warum wir dahin fahren oder wollen wir dahin sporen weil wir können ja über die schnellweise auch dahin ja das auto steht eh noch da oben beim leuchtturm von uns ich denke mal da steht immer wieder eins kommen wir hier kriegen wir auch immer wieder ein jeder sind wird auch letztes das haben wir noch da geparkten sind wir haben der schnellreise gemacht daher weiß ich ja dann auch da steht die wandert mit dieser schnellreise hier oben durch hier müssen wir in die die kapitänskarrieren hier die wollen alle reden ach sie ist schon wieder was sie lieben leuchtturm reise genau er nimmt mich automatisch mit ja auch gut so irgendwie so wie hier ansprechen machen die denn da ich weiß nicht ob ich es wissen will sie hat ihre medizin gekriegt jetzt wird sie langsam gesund jetzt macht er sich ran weißt du okay wir sollen hier ins lager oder was soll weil da ist eine markierung drinnen ich kann ihn ja anquatschen aber ich kann ihn nicht anquatschen jetzt kann ich jetzt warum ich glaube die müssen wir vorher machen damit wir die tür aufkriegen oder so dann machen wir die jetzt einfach mal frage ist wenn ich jetzt auf starten gekriegt habe aber die automatisch jetzt angenommen wie heißt die kreis denn das deutsche immer noch auf sendung nein ein hoffnungsschimmer ist das glaube ich alles klar ich habe die auch markiert wenn man das einfach mal machen ich denke mal ohne kommen wir sowieso nicht weil dann gucken wir noch im schrank dass wir jetzt hier raus geht das hier überhaupt raus ich weiß nicht mehr krieg immer einfach ja doch hier raus muss man steht kein auto okay das haben wir aber hier gelassen hast du damit gemacht du vor jetzt hätte ich für sonst teile tja dann würde ich sagen einem morgen ich bin auch am überlegen ich habe hier ein gutes messer eigentlich das mal ein bisschen auszuprobieren weil ich glaube mit scharfen klingt könnte man eher so körperteile vielleicht abtrennen oder so bin ich mal sehr gespannt drauf okay warte du die ja auch hier zu knurren ich bin gerade in einem verwaltungsakt so antrag genehmigt mit das ist los kann hier verweichert hat mir gefallen wir haben hier kuscheln um übrigens liebe zuschauer Prozent von avatar wenn ich glaube das war alles nur bis 30 er hat glaube ich nur aber tage stimmt kann das sein bis dreißigsten ersten jahr na dann kann ich ja den habe ich geköpft schön und der kopf wackelt noch was war das denn schön ja nur zur info von avatar ist alles online was wir bis 30.1. zusammen gesammelt haben ich klein wenig übertrieben was wir da gemacht haben mit den bildern ich habe ihn ein bisschen zerstückelt also ich würde sagen wir fahren mit dem auto sind knapp 977 bilder ich mein gut gemessen an der spiel ja passt schon aber ich habe irgendwann den überblick verloren also das eine oder andere wird glaube ich sein also ich würde sagen wir nehmen das drinnen der auto hier zu fahren ja genau auf dem link mal in den chat gepackt für die leute die es interessiert können sich das ja gerne mal angucken genau also clips sind da bilder sind da da hatte sich einer in der ecke versteckt und wollte gerade hinterher laufen es erinnerte mich gerade ein bisschen an betsy so geht doch ja das passt doch der titel schön übrigens hatte ich ja im stream ein spiel angesprochen und zwar sitanos principle 2 wer möchte kann sich das gerne anschauen ist ein spiel ja ein bisschen was für die denke das war ja schön aber sehr schön gemacht ich habe auch bei dem text vom spiel nichts weiter gespoilert oder so na man kann gerne mal ein bisschen reingucken ist aber kein let's play es soll bloß eine demonstration sein wie das spiel so aufgebaut ist so wie das aussieht so ein bisschen das ist sehr gut ich wollte auch nochmal oh die ganzen koffer schön also die bilder und so weiter das mache ich jetzt hier nicht während des streams mache ich wenn ich schneide das macht sich super mit meinem programmen weil da kann ich die sehen noch besser kippen beziehungsweise die bilder besser aus deswegen werde ich mich da mit screenshot holz komplett aushalten das mache ich wenn ich das schneide du die ich kann nicht mein schick die knut er dich an oder was ja ja er sitzt hier also die waffe macht zwar auch nicht der mensch aber ich glaube die geht dadurch auch ziemlich schnell kaputt wo hast du denn die kaufstangen gepackt ich gekauft hatte die wollte ich vorne in den beiden geben wir müssen hier dann also nachher in der box du die hier oft da wieder umher zu möbeln in der box in der gruppe da wo der teller draufsteht oder was ja ok ich gebe mal den hunden kurzen kaufstangen ja kannst du die denn mal mitnehmen weil der randall kaufstangen ja gesellschafter ok kommen wir hier in polo cola ja hier ist wasser irgendwas von da gerade geblubbert war ich das warte mal wie war denn das noch mal die waffe tauschen also mit r1 kannst du schnell tauschen ich kann inzwischen vier stück oder auf fäuste ich stehe da überhaupt nicht drauf aber ich will das mal sehen wie du das machst steht da völlig regungslos und wenn man springt die tür auf ja das ist sehr gut ich habe schon wieder ausweis gefunden ja schlacht ihn ab ich habe es angenommen jetzt nicht ja alles gut ich verstehe muss nicht warum wir ihn nicht jetzt nicht abschlachten er stirbt doch viel zu ich weiß nicht trifft mich alkohol ich dir auch rum war klar der sei auch schon nicht mehr ganz gesund auch ich habe auch schon wieder wasser eingesammelt fähigkeitspunkte zeichern wir an aber ich will nicht sagen das badezimmer sieht richtig gut aus in die wir müssen jetzt hier runter ich habe da mal ein hacke bei für dich ich das leiden kann also ich weiß nicht warum das so sein muss dass dass man hier sich gegenseitig im weg stehen kann aber ich finde es nicht besonders eine hauptsache der handtasche um ja war wichtig ich habe wasser gefunden das können wir nachher gleich weg bringen ja ich habe auch schon wieder wasser dabei zu bungalow 14 sollten wir irgendwie hin er zeigt ja hier eine markierung ich weiß nicht ob das zum bungalow 14 gehört irgendwas höre ich hier gerade ach du schrei hals schicken bikini hat sie an und keine arme hör auf den kumpel zu fressen hör auf den kumpel zu fressen hör auf den kumpel zu fressen hä warum also ich schlägt auch nur mit einem arm zu ich muss schon die waffe wechseln ich habe die mal so ein bisschen kaputt getrieben aber wir können hier hinten lang guck mal ach nee das ist noch das mit den generatoren glaube ich aber ich höre hier schon wieder irgendein warte mal ich muss mir erst mal hier waffen auswählen dann bleibe ich meine wo müssen wir denn jetzt hin na komm mal hier hoch tatsächlich wirst du ich fahre hier ein ich wäre froh wenn die marina halle schmerzen hier ja eine schmerz langsam schade dass man diese bälle nicht trägt kann das hätte mir spaß gemacht ja oder werfen gegen das damit treffen oder so so ein hammer ist doch ganz praktisch mein gott ein gott ist ja mit ihm ja dann leg dich doch mal hin jetzt also ich finde das war ein bisschen viel auf einmal oder endlich man wir haben ja schon ein bisschen schaden gemacht aber so was denn hier hier ist ein körperchen das ist das hier eine kiste da ist da drin ok hier ist einer an der tür und dass die 14 glaube ich ich komme so hier ist die 14 mal gucken komme rein hier nicht gehen wir mal rum und kommen wir rein gar nicht dieser verkrackte stuhl ey da mal guck mal hier weil ich die g behindert hast du denn da fußtraining achso die wollte nochmal aufstellen meine Güte die hat aber eingesteckt heute guten tag wo ist denn der bruder auch angefangen hoch wollte ich noch gar nicht wollte mir erstmal umgucken hier gibt es irgendwas zu trinken gucken wir mal hier im schrank also dass man sich gegenseitig im weg stehen kann das nervt so ein klein wenig so dann werden wir ihm mal sein insulin geben was wait you're not my brother you must have sent you right thank you i'll just wait until this kicks in wait until Luke gets here das war schon ja mhm okay da gab es das geld so dann müssen wir jetzt das andere noch machen was wir eigentlich machen wollen genau ähm müssen wir glaube ich wieder an quests markieren warte mal hier unten ist noch was ne ich glaube ich habe die noch aktiv wir müssen glaube ich wieder hier rum ach deswegen hast du das nicht gesehen ähm warte ja ich habe mir das recht ja wenn einer das macht dann folgt man dem oder sowas ja aber du weißt nicht ob du dann die belohnung kriegst ne ach so ja dann ja doch ich habe die auch abgeschlossen alles gut okay jetzt wo wir hier hinten lang ja okay 100 meter so jetzt mal ein bisschen langsamer ich höre schon wieder was ja ist der klopfen aber ein tritt einmal mit dem messer weg ist er oha kackeball macht es aber nicht mehr lange hier rein wo ist hier los ach das ding kennen wir doch oder Einmal den Huf in die Fresse. Spüre meinen Hackenschuh. Elendee. Okay, sagt er. Okay. Bring den Transformator wieder zum Laufen. Warte mal, ich muss mal das Messer ausrüsten. Den Transformator. Irgendwie schwanken wir ganz komisch. Ich glaube, wir sind betrunken. Ja, das macht das mit dem ganzen Energy, ich weiß ja, von morgens bis abends. Ja, ja, ich glaube auch, wir sind schon hyperaktiv oder sowas. Schlaf gut. Gute Nacht, John Boyer. Ja. Was ist das hier? Eine Reißklaue-Mod. Aha. Oha. Hm, der hat ein Bett in Sonnenbrand. Was ist eine Reißklaue-Mod? Ach, das Ding hier? Ja, auf dem Tisch. Mhm, mhm, mhm. Interessante. Herr Präsident. Oh Gott, was habe ich hier jetzt gemacht? Ja, Hanni macht wieder alles kaputt. Ja, da. Das ist ja gut. So. So läuft jetzt hier überall alles wieder. Ja, da war noch ein bisschen was zum Aufnehmen wieder. Ja, ja, ich sehe schon. Ich gucke noch mal ein bisschen. Warte mal, ich sehe hier gerade ein Feuerlöscher. Ich will da mal. Ja. Geht das? Schade. Warum kann man den nicht mitnehmen? Das wäre jetzt cool gewesen. Ja, das wäre auch cool. Und den voll einer mit in die Frisse klöppeln. Ja. Oder draufschlagen, dass er, ne? Ja, dass das losgeht, dann schäumen wir die einen so ein bisschen. Ja, irgendwie sowas. Ja. Das wäre echt gut gewesen. So, jetzt, was, was jetzt? Oh Gott, was denn? Jetzt müssen wir warten. Oh Gott, ich habe hier mit dem Messer geköpft. Ja, das ist sehr gut. Habe ich auch gerade. Ich finde das so schön. Ich denke, was ist ihm denn? Aber, ja gut. Oh, hier kommt noch mehr gerade. Na, Leute, wollte er auch geköpft werden? Aua. Dämlicher Ochse. Der hat seinen Arm verloren. Guck mal, der bewegt sich noch in die Welt. Ach, der auch. Schön. Oh, guck mal, hier ist doch ein schönes Getränk. Okay, brauche ich jetzt gerade nicht, ehrlich, gut. Aber ich brauche mal eine andere Waffe. Ja, ich brauche, was ist denn das hier? Ein Stock. Na gut, wir nehmen erst mal den Stock. Ja, ich nehme auch erst mal den Stock wieder. So, müssen wir jetzt wieder zu dem anderen Fuzzi da, oder was? Ich weiß nicht, wir gehen einfach jetzt, Herr Spuh, mal nach. Ist jetzt endlich mal ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht, ob wir ihm Bescheid sagen müssen, oder zu den anderen. Was sieht so aus aus, wenn wir wieder zu üben müssen, oder? Ja, ne? Ja. Okay, dann quatschen wir mal mit ihm. Cash. Wir brauchen auch so viel Geld. Ich guck mal kurz im Inventar, wie viel habe ich denn jetzt? Oh, knapp 7000. Oh, hier sind wieder Koffer. Oh, das ist interessant. Der fällt da in Zeitlupe um. Hier ist doch auch noch ein Ausrufezeichen, warum wir mal reingucken. Ja, ne? Hier drin ist er doch, ne? Ist das nicht die mit dem Wasser? Ich weiß nicht, ich habe wieder ein bisschen was. Wieso muss ich denn die Tür aufbrechen? Ja, mach mal, bei dir sieht das so elegant aus. Hier ist ein Klo. Hier ist ein Klo.